in diesem video werde ich euch in diesem video werde ich euch erzählen was das 30 abonnenten special ist hier auf dem kanal lukavlogs natur unterwegs herzlich willkommen zu meinem video auf dem lukavlog natur unterwegs kanal und heute werde ich euch sagen dass es 30 abonnenten special ist und das 30 abonnenten special ist lasst ein abo da das ist es nicht lasst ein abo daumen keine bauten naturvideos und videos zu verpassen und vlogs was 30 abonnenten special ist ein q&a ihr wisst wahrscheinlich dass es ist ich habe kein instagram nein habe ich nicht ich habe facebook also schreibt in diesen youtube kommentaren jetzt hier eure fragen an mich wie alt bin ich und weitere fragen danke für 30 abonnenten ich finde das krank wir haben in fast zwei wochen wir haben 23 abonnenten in diesem monat gemacht danke dafür ja dafür 30 abonnenten und dass ihr immer kommentare schreibt eigentlich geschrieben ich freue mich auf dem kanal das ist doch schön 30 abonnenten mein ziel ist dieses jahr 100 abonnenten zu schaffen weil dieses jahr 100 abonnenten zu schaffen dann wäre es krass weil das können wir wirklich schaffen nächste woche will ich hier die 40 sind naja spaß aber danke also fünf abonnenten also drei bis vier abonnenten mache ich am tag jetzt habe ich die letzten tage noch nichts veröffentlicht aber trotzdem dran geteilt da ist die abonnenten krank ich finde das schon mal krank ich hätte nie gesagt youtube so erfolgreich muss ich auch was dazu sagen ich habe 18 abonnenten eigentlich auf youtube weil ich habe luka bastin hier auch noch und naja ist egal ich sage das für den kanal wer luka bastin überholt hat 25 der hat jetzt hier 23 abonnenten er ist 45 abonnenten aber trotzdem danke dafür wenn wir mal sagen schreibt video in den grundtag dann wird das im nächsten video gelöst und nach dem video gibt es dann wieder ein geschichtsvlog dann gibt es wieder ein video heute ist dienstag morgens mittwoch dann erst auch also freitag gibt es das video wenn der erste weltkrieg entstanden ist und dann gibt es wieder diese geschichtsvideos vergangenheit wenn wir wieder drüber reden was kam auch mega gut an danke für lasst auf jeden fall daumen nach lasst auch also das sage ich eigentlich nicht ich sage eigentlich immer ein abo da lassen lasst auf jeden fall ein abo da um keine weiteren naturvideos zu verpassen wir sehen uns morgen schreibt video den also q und a hier rein